Wir dürfen in der Not gar wohl um Hilfe schreien, doch soll uns diese angedeihen, so muss der Eigenwille tot und unser Herz zufrieden sein. Ob, wie und wann Gott helfen will, spricht seine Weisheit, nein, warum, das Kreuz kann uns nicht schaden. Schweigt jemand gläubig stehen, der wird oft, wie es eint, der Leidenslast entladen. Glaubst, Jesus ist kein Menschenfeind, er kann, er will, er wird uns retten. Ach, dass wir nur im Kreuz Geduld und Glauben hätten. Glauben Hör, ich leide, ich leide, Hör, ich leide, ich leide, ich leide, ich leide, ich leide. Hör, ich leide, ich leide, Hör, ich leide, ich leide, ich leide, ich leide, Doch nun, nur wenn es dir, nur wenn es dir gefällt, Du, nur wenn es dir gefällt, Du fängst 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 dir gefällt, Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020